Hey Freunde, Pixi hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale zusammen mit Timmit und Maxi. Hallo, hi. Ja Leute, wir spielen heute eine Runde Arena und ich glaube, ich lasse die einfach drin Maxi, ist mir egal. Ja, war sympathisch auf jeden Fall. Ja, wir spielen heute Drio Arena und wir haben alle drei gefühlt in einen Monat nicht mehr Arena gespielt. Ja, allgemein Fortnite. Ich habe genau 690 Punkte. Ich habe genau 60 FPS. Aber ich habe einen neuen Skin mit Creator Code Fix gekauft. Leute, falls ihr mich unterstützen wollt, unten rechts im Fortnite-Item-Shop, der mittlerweile komplett anders ausschaut. Geht da mal drauf. Hashtag Werbung! Geht da mal drauf und schreibt den Creator Code Fix rein. Danke. Okay, wenn wir heute jetzt hier einen Win schaffen, dann bin ich schon ein bisschen stolz auf uns. Ja, same. Aber ich glaube, wir können ja richtig hart auf die Schnauze bekommen. Nein, nein, nein. Meinst du nicht? Wir werden das schaffen. Stimmt, wir haben Maxi dabei. Der ist ja der beste Fortnite-Spieler. Und ich bin tot. Bestes Timing. Ich komme, Maxi, ich komme. Lebe! Die Wanku, jemand. Ah, ich sehe jemanden auf Rett. Ja, Freunde. Shield Break. Oh, der ist ganz, ganz low. Wirklich. Nice. Maxi, ich möchte den Kill wieder wahrscheinlich. Habe ich einen Knock? Ah, noch einer? Nice. Ja, ja, hier sind noch ein paar. Alter, der Skin ist ja mal übelkacke. Wenn ich sneak und reinscope, ich sehe nicht mal meine Waffe. Bro, pay to lose Skin, real talk. Ist echt so, wenn ich sneak und nach rechts. Alter. Ey, meine Waffe ist voll unpräzise. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Ich bin jetzt wieder drauf. Von wo? Ey, ey, ey. Äh. Loll, hat der ein Aim-Bot? Höh, what the heck? Habt ihr? Ich glaube, ich glaube, der hat ein Aim-Bot. Save mal, save mal. Höh. Soft Aim oder was? Boah, Alter, was ist hier los, Mann? Ah, darf ich da wie eine Sache kurz mal sagen? Also, das Ding ist, es gibt ja Pros, die haben ja 16.000, 17.000 Punkte. Die kommen gegen Gegner wie uns teilweise rein, ne? Echt? Ja, ist echt so. Wenn du zu viele Punkte hast, dann kommst du gegen schlechtere Gegner sogar. Das ist halt so broken. Okay. Aber der hat mich gerade einfach aus der Luft einfach... Also sprich, wir könnten auch gegen Mongral und so kommen. Also willst du sagen, dass es gerade Mongral war, oder wie? Äh, nicht direkt Mongral, aber die waren nicht schlecht. Sein Vater vielleicht? Ich sag ganz ehrlich, ich bin Imposter. Okay, fix nicht, das weiß ich. If you're happy and you know, we clap your hands. If you're happy and you know, we clap your hands. Ähm... Der hat sein Ass gekläft. Du bist aufgestanden. Hier sind zwei Leute bei mir. Ja, ja, ja. Wo schnitt ich schon? Ne, ich hab vier Schrupplinden. Alter, slow? Da liegt... Da liegt... Ah, ja. Alter, dieser Skin ist sowas von pay to lose, man. Er ist runtergefallen. Ähm... Ja, ich leb noch. Alles gut. Komm, ich... We good. We good. Thank you. Oh, der ist hier drin. Einen hab ich gehadet. Oh, der ist neben uns. Jawoll. Hab ihn. Maxi macht eigentlich. The Boys. The Boys. Aber da lebt noch jemand, ne? Einer lebt noch, ja. Lul. Oh, oh. Mann, chill mal. Hast du den Kill gemacht, Maxi? Ja. Du bist so gut, Maxi. Ich bin Fan. Ach, ja. Danke, danke. Gegner bei mir. One, one, one. One, one. One, one. One, one. One, one. One, one. Oh, lul. Ich wurde gesniped. Wo? Ich weiß nicht. Nein, nein. Fix, 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 fix. Ich bin safe. Ich bin safe, ich bin safe, glaube ich. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Oh mein Gott, der oben auf dem Dach ist lasert. Komm. 50 habe ich abgezogen. Fix, ich komme zu dir. Pass auf, der snipet. Aber ich glaube, er sieht mich nicht. Der kann nicht gut snipen. Ich glaube, er sieht mich nicht. Ja, nice. Ich sehe ihn sowieso nicht. Der ist immer noch auf dem Dach. Ja, ja. Du bist mein Held. Alter, ich werde richtig gecarried, Mann. Ich glaube, wir sind washed. Aber wir sind zwei Leute. Oh, 144. Der hat gar keinen Bock mehr. Maxi, fix und Tim, it, washed. Ey, bei mir sind zwei Leute. Ja. 22 gehört unter dir. 22 nochmal. Bei mir eine Pistole. Ja, die können wir aber nicht runterreißen. Der hielt sich. Mit Heil. Aha, die machen mir voll Angst. Er pusht immer noch. Ich baue einfach ab. Ich habe eh kein Leben. Ja, ja. Mach, mach. Die sind aber auch runtergegangen, glaube ich. Knock, einer. Nice. Nice. Ah, hier. Einer. Oh, der hat mich knock. Ja, warte. Er ist auf dem Dach, auf dem Dach. Oben drauf? Ja, er ist genau bei mir, genau bei mir. Neben mir, in der Box. Ah, Maxi, ist sie gut. Ja. Los, Maxi. Alter, was ist das für eine Runde? Ich bin nur dead. Warte, warte. Perfekt. Fix ist washed offiziell, Leute. Liedgams drin. Ja, glaube ich auch. Das Pay-to-Lies-Gill. Ja, retalk, retalk. Wollen wir zum Slap? Vielleicht nimmt sie einfach die Waffe und hält sich aus dem Kämpfen zurück. Ja, ich stelle mich ganz hinter am besten. Und dann ist am Ende wieder trotzdem gesliped. Safe. Ich wurde letztens Realtalk gefragt. Ich wurde letztens von einem Zuschauer gefragt, warum ich keinen Lambo habe. Oh, warum hast du keinen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es tragen zu wenige Leute Crater Code Fix ein. Maxi, warum hast du keinen Lambo? Ich? Warum ich keinen habe? Ich habe so einen kleinen, so einen Hotwheel. Zählt das auch? Ja, das zählt. Timmit, hast du auch sein? Ich habe auch so einen Hotwheel, ja. Nice, Alter, warum hast du das so viel Geld? Ich hätte auch gerne so einen Hotwheel. Ich habe einen Port Fiesta. Zählt das auch? Ach, das ist doch kein echter YouTuber, weil du keinen Lambo hast. Wie kann man mit dem Auto fahren, Leute? Gar nicht. Wir sind festgebunden. Hier, you see this? Au. Okay, nimm mal einen. Ich bin von der Lose, Alter. Damit kannst du fahren, glaube ich. Das passt zu dir, das Auto. Ich stehe vor dem Auto, als ich denke, wie kann ich denn hier einsteigen? Wie in Real Life auch, ey. Ja, richtiger Loser, Maxi. Habt ihr doch ein Auto? Ja. Jetzt renn mal kurz und geh nach. So, die springen. Ihr habt Spaß, das freut mich. Meine Freunde haben Spaß. Schau mal, Maxi. Schau mal, ich bin hier draußen. Ich seh das Springs. Das ist so geil. Schau mal, andere Seite. Jetzt rift. Schau mal. Ich bin nicht angeschnallt. Die sind oben. Wer ist oben? Da, Gegner, Gegner vor uns. Hier, wurde rebooted. Alter. Ah, war rein. Ich hab ihn gesniped. Alter. Oh, der ist slow, der ist slow. Fix on, wascht oder was? Ja, ab und seht nicht aufgezogen. Ja, same nochmal 30. Alter, Scar, danke. Wo sind die? Up down. Sehen. Oh, einer ist closed von mir. Die Richtung ist da gesogen. Oh, hinter mir, hinter mir. Einer ist im Puls auf das Hexenhaus. Okay, ich bin auch so cool, ist halt. Oh, ich hab ihn ultra low, aber er hat mich auch gesniped. Naja, hab ich gehört. Hat jemand Minis von euch? Wo ist der andere? Der ist ja auch ab mir abgehauen. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh mein Gott. Hinter uns. Oh, der haut wieder ab. Alter, dieser Skin ist so trash, Mann. Den anderen hab ich, den hinter uns. Nice. Oh, der hatte wenigstens Waffen. Du kannst die blaue Pampa haben, wenn du willst. Er ist hier runter, Maxi? Ah, doch nicht. Ich push ihn von... Nee, nee, er ist hier in der Box. Ah, fuck, er ist oben. Wir können auch den ganzen Bums runtersplitzen. Ja, reiß mich runter. Ja? Ja, der haut da... Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn. Nice one. LoL. Der ganze Blut kommt aber runter, glaube ich. Wo sind die Gäste? Oh, der Lambo. Rein da. Moin, moin, moin. Der kommt noch den Berg hoch. Ich würde mir so ein Auto eher kaufen als ein Lambo. Oh mein Gott. Ja, der ist voll geil. Voll geil. Boah, voll der große Fisch. Im Moment, du kannst so Sterne gucken. Hört ihr mich noch? Ja. Das ist ein bisschen laut hier. Oh, vor uns, vor uns. Oh, let's go, let's go, let's go. Ich mach seinen Wann kaputt. Der wird ab. Sehr lang. Ich glaub, der ist solo. Oh, der andere, andere. Zolti. Schildbreak. 30. Ah ja, das sind zwei, das sind zwei. In Zolti. Einer ist über mir. Einer snipet. Hast du ihn noch über mir? Nee, ne? Ja. Nein, 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 nein. Das ist noch einer? Oh ja, bei mir sind zwei. Einer ist unter mir in der Box. Oh mein Gott. No. Oh mein Gott, der ist one shot bei mir drin. Ah, er finisht. Oh, er ist hart verfehlt. Oh mein Gott, ist er lost. Push it on. Nooil. Immer noch ein Kill, perfekt. Läuft bei mir. Perfekt. Klasse hier unten, ne? Die anderen. Die ganze Schieße. Oh, fast. Hab ihn low? Nice one, hab ihn. Kann ich wenigstens den Letzten umbringen? Ist ja noch nicht der Letzte, ist alles gut. Schick mir dann einfach dein Gameplay, Maxi, ne? Ja. Ich schneide dann meine Facecam einfach drauf. Nice. Optimal. Wie ist die Boxtreifen, Alter? Sehr gut. Let's go. Den man Bouncy ist oder so? Alles klar. Doll. Oh, bei der low, bei der low, bei der low. Oh, Schild Break. Hab einen. Jungs. Ich bin der Beste. Let's go. Oh mein Gott, endlich Kills, Alter. GG's. GG's. An mich selbst. Hier? Da vorne. Da. Das wäre was für den Trickshotten. Ja, natürlich fix. Es sind noch zwei. Oh. Soll ich einen umbringen dann? Ja, einen. Oh, 200er. Shit. Ja, das ist der Letzte. Der hat von mir 50 Schild. Ach, scheiße. Ist der Letzte? Ne, der Letzte. Bring den einfach rum, Alter. Ganz ehrlich. Ja, und ab. Ja, und ab. Der Bouten müsste, ich glaube nicht, dass wir einen Trickshotten können. Bro, wir sind so ein gutes Team. Let's go. Willst du dich zu schütten? Ne, ne, bring den einfach rum. That's actually the first. Der Bouten um sein Leben. Ey, ohne mich hätten wir die Runde nie geschafft. True. Der ist doch gar nicht mehr hier. Der oder da? Du hast Kopf ihn gleich, wenn er weiter wegläuft. Gar kein Bock mehr. Was ist das denn? Toll. Toll. Du bist jetzt der in der Cone. Die Falle, was war das? Das Feuerfalle. Da verbrennst du dich. Kriegst du zehn Feuerschaden. Ah, ist doch heiß hier. Ha, lock doch nicht so weit weg. Wo ist der? Ich bin so verwirrt. Junge, 100 Metz. Wenn wir losgut, mach bitte. Farm lieber ein bisschen Metz. Ja, die Zäune kommt, merkst du. Er ist ganz oben. Oh. Was ist denn? Der Frechdachs. Na, komm mit. Ich sag mal, so Freude, wenn euch diese Runde Fortnite gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Timmelt vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Schaut bei Maxi vorbei. Letzter Link in der Beschreibung. Und nutzt gerne den Crater Code Fix. Wir sehen uns. Ach, ihr Elfkitsfick. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.